Ich war drösisch hier heute gebraucht, für die Umwelt zu einem Thema zu machen, mehr das noch immer, just Alibi von den politischen Responsablen. Dadurch, dass sie all punktuell ein isoliert Maus nehmen, schon als nurhaltige Entwicklung verkaufen, geht die Idee von den Wirtschaften am Respekt von Menschen und Natur mittlerweile als Knätschkommi misprägt. Strukturelle Reformen fehlen. Spätestens so, weiß ich, warum die wirklich Prioritäten von unserer Regierung sind. Am Platz, die Konjunkturprogramme zu nutzen, vielleicht zu besprezen, wenn man für die ökologischen und sozialen Herausforderungen, die in Lohmutter-Krise-Arbeise hergebracht sind, muss die Regierung weiter, wie immer, mehr ohne Hemmungen. Räststoffe und die Bürger werden geschnitten, mehr Straßen werden gebaut, 10 Millionen gehen an ein Auto verpulfert, wie es die Spiotoppen können nur loszuladen, zu baut gehen. Die politischen Irresponsablen zählen sich aus ihrer Responsabilität raus an die verlossenden Kapitalismus des Feldes. Nach Mai an der freien Mord kann sich ungehindert am Lebensraum von Mensch und Natur zerwehren. Es geht Hechtzeit, dass mehr Zerstört und Landen für den Mensch und Natur rekuperieren und den öffentlichen Transport auf Willauspiste mehr schnell ausbauen. Es geht Hechtzeit, dass mehr an erneuerbare Energien, an die ökologische Ernährung von öffentlichen Gebäuden an Sozialwohnungen investieren, an Platz als gewissen, mit COC-Zertifikate frei zu kaufen. Es geht Hechtzeit für ein antikapitalistisches Alternativ, der sich konsequent für den Schutz von der Umwelt ersetzt und dabei nicht demokratisch als Sozialrechte von den Leuten vergisst. Es kann dann nicht Sinn, dass Benefisse an der PIB ewig wursen und dabei immer mehr Leute auf der Straße landen an Ressourcen ungebremst zu eingehen. Beep. Beep. Beep.